Nach der kurzen Einführung vom letzten Mal, heute also die erste Übungsaufgabe. Es geht im weitesten Sinne nochmal um die wichtigste Gleichung in der Elektrotechnik, das Ohmsche Gesetz, und konkret um die Zusammenschaltung von Widerständen. Ja, hallo zusammen, und wir stürzen uns gleich auf die Aufgabenstellung in Form einer Textaufgabe. Fred, so nennen wir mal unseren Bastler, möchte eine 6V Signallampe an einer 12V Batterie betreiben. Er erinnert sich noch an die Spannungsteilerregel und möchte mit 200 Ohm Widerständen die Spannung für die Lampe halbieren. Die Stromaufnahme der Lampe hat er bei 6V mit 0,3A gemessen. Wir gehen von einer ganz einfachen Glühlampe aus. Frage A. Wo liegt Freds Denkfehler? Ein Teil der Lösung wird uns hier schon verraten, nämlich dass das so nicht funktioniert. Unsere Aufgabe ist es, zu begründen warum. Aber es geht noch weiter. Frage B. Ist die Schaltung prinzipiell möglich und wenn ja, warum nicht? Nein, wenn ja, wie groß muss der Widerstand sein, über dem die Spannung abgegriffen wird? Frage C. Lässt sich die Schaltung vereinfachen? D. Ist es sinnvoll die Spannung auf die Art herabzusetzen? Und Frage E. Lässt sich so jedes elektronische Gerät versorgen? Also ein ganzer Fragenkatalog. Jetzt wäre der Zeitpunkt das Video einzuhalten und das erstmal selbst zu versuchen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Wir wissen schon, dass Fred wohl auf dem Holzweg ist. Allerdings ist das ein ganz beliebter Fehler bei Anfängern, deshalb machen wir ja die Aufgabe. Die Grundidee ist 200 Ohm Widerstände in Reihe zu schalten. Nach der Spannungsteilerregel teilt sich die Gesamtspannung über den Widerständen entsprechend ihrer Größe auf. Bei zwei gleichen Widerständen würden wir also je 6 Volt über R1 und R2 messen. So weit, so gut. Über einen Widerstand soll jetzt die Lampe angeschlossen werden. Sagen wir mal über R2. Das Problem dabei ist, dass sich dadurch die Verhältnisse am Spannungsteiler verändern. Denn die Lampe ist ja auch nichts anderes als ein Widerstand. Den können wir ausrechnen, denn wir wissen, bei 6 Volt fließen 0,3 Ampere. Das ergibt 20 Ohm. Im unteren Teil des Spannungsteilers liegt jetzt die Parallelschaltung aus R2 und der Lampe. Den Gesamtwiderstand von R2 und RL können wir mit der Formel ausrechnen, die wir beim letzten Mal hergeleitet haben. Und das ergibt rund 16,67 Ohm. Damit sind die beiden Teile des Spannungsteilers alles andere als gleich. Denn R1 hat ja weiterhin 100 Ohm. Wie groß wird denn nun die Spannung über der Lampe? Dazu können wir die Spannungsteilerregel verwenden. Die Spannung über der Lampe und R2 verhält sich zur Gesamtspannung, wie die Parallelschaltung aus R2 und RL zum Gesamtwiderstand. Nach UL umgestellt können wir die Werte einsetzen. 16,67 Ohm mal U-Gesamt, also 12 Volt, durch R-Gesamt und das sind die 16,67 Ohm plus R1, also 116,67 Ohm. Es bleiben nur noch etwa 1,71 Volt, da leuchtet nicht mehr viel. Das ist das Problem mit einem belasteten Spannungsteiler. Durch den höheren Strom fällt mehr Spannung über dem oberen Widerstand ab. Kommen wir zur Frage B. Wie muss R2 verändert werden, damit über der Lampe wieder 6 Volt liegen? Mit etwas Überlegung brauchen wir gar nicht zu rechnen. Da R1 100 Ohm hat, muss auch die Parallelschaltung aus R2 und RL 100 Ohm ergeben. Weil der Widerstand der Lampe aber nur 20 Ohm hat und bei einer Parallelschaltung von zwei Widerständen der Gesamtwiderstand immer kleiner ist als der kleinste Einzelwiderstand, werden wir so nie auf 100 Ohm kommen. Das funktioniert also auch nicht. R1 muss auf jeden Fall niedriger werden als der Lampenwiderstand. Nehmen wir mal zum Beispiel an, wir ändern den auf nur 10 Ohm. Dann muss die Parallelschaltung ebenfalls 10 Ohm haben. Dazu müsste R2 20 Ohm groß sein, denn bei zwei gleichen parallelen Widerständen halbiert sich der Wert. Wer es nicht glaubt, kann auch nachrechnen. Frage C. Lässt sich die Schaltung vereinfachen? Einige werden sich sowieso schon gefragt haben, welchen Sinn der Parallelwiderstand zur Lampe noch hat. Er erhöht nur sinnlos die Stromaufnahme. Im Prinzip reicht ein einfacher Vorwiderstand aus. Damit über der Lampe wieder die halbe Versorgungsspannung liegt, muss der Vorwiderstand genauso groß sein wie der Lampenwiderstand. Also 20 Ohm. Jetzt eine ganz wichtige Frage. Wie sinnvoll ist es denn, das über einen Vorwiderstand zu lösen? Was könnte das Problem sein? Wie viel Leistung braucht eigentlich unsere Lampe? Na das sind 6 Volt mal 0,3 Ampere, also 1,8 Watt. Die Spannungsquelle muss die 0,3 Ampere zur Verfügung stellen, allerdings bei 12 Volt. Das sind dann 3,6 Watt, also doppelt so viel. Die Differenz wird am Vorwiderstand verheizt. Das muss dann schon eine etwas größere Bauform sein, die 1,8 Watt aushalten kann. Bei unserem Beispiel mit dem Parallelwiderstand wäre es noch viel schlimmer. Insgesamt fließen dort 0,6 Ampere und bei 12 Volt muss die Energiequelle 7,2 Watt bereitstellen, wobei nur ein Viertel sinnvoll genutzt wird. Mein Rat an Fred wäre, er soll sich doch besser nach einer passenden 12 Volt Lampe umsehen. So ungünstig die Lösung mit dem Vorwiderstand auch ist, so wird das heute doch immer wieder gemacht, nämlich bei der LED. Auch wenn die insgesamt weniger Leistung verbraucht, wird doch einiges an Zusatzleistung am Vorwiderstand in Wärme umgewandelt. Letzte Frage. Was passiert, wenn man eine beliebige Schaltung, zum Beispiel einen Verstärker über so einen Vorwiderstand an eine höhere Spannung anschließt? In der Regel haben solche Geräte keine konstante Stromaufnahme. Die Spannung am Gerät würde also mit der Stromaufnahme schwanken. Sollte die Schaltung im Leerlauf keinen Strom verbrauchen, hätte der Vorwiderstand auch keine Wirkung und das würde trotzdem die volle Spannung am Gerät anliegen, was ihn vielleicht nicht gut bekommt. Bei einem Verstärker würde die Spannung mit der Aussteuerung stark schwanken. Bei lauten Stellen würde die Spannung in die Knie gehen und zu Verzerrungen und einem Leistungseinbruch führen. Mitunter können noch ganz andere Effekte auftreten. Also ein elektronisches Gerät über einen Vorwiderstand anzuschließen, ist wirklich keine gute Idee. Ich hoffe, ihr konntet die Gedankengänge nachvollziehen. Ich wollte damit auch zeigen, dass man eine Idee immer von verschiedenen Blickpunkten betrachten sollte. Stellen wir zum Schluss nochmal die Formeln zusammen, die wir gebraucht haben. Da ist natürlich das Ohmsche Gesetz. Die Spannungsteilerregel, das Verhältnis der Spannung entspricht dem Verhältnis der Widerstände. Die Gleichung zur Berechnung des Gesamtwiderstandes von zwei parallelen Widerständen. Und die Leistungsformel p gleich u mal i. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei der nächsten Übungsaufgabe wieder mitmachen. Bis dahin! 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 Bis dahin!